Oh, jetzt geht's los. Von den Ligna Trainings hatte ich euch ja schon erzählt. Das Motto ist zeigen, machen, können. Und deswegen lerne ich hier heute, wie ich die perfekte Kante anfahre. Und was sagst du, wie läuft's? Ich schau mir das mal an. Also, sieht nicht schlecht aus, aber wir üben nur ein bisschen. Ja, da würde ich mal sagen, bin ich doch genau an der richtigen Stelle, denn zum Üben bin ich ja hier. Also, es lohnt sich.